guten morgen ja ihr lieben bin ich gerade hier im wald am spazieren und auf dem weg dahin ist mir eine geschichte eingefallen und zwar dass ich ja bin an der kirche vorbeigelaufen und mir ist eingefallen als ich plötzlich dass mein sohn vier war das dringende bedürfnis hatte ihn zu taufen da habe ich jetzt ein bisschen darüber nachgedacht was da eigentlich eine version von mir am start war wer ich damals war und hey guten morgen lieben wer ich damals war und warum ich warum ich das gemacht habe warum mir das so wichtig war obwohl ich vorher glaube ich etwa zweimal schon aus der kirche ausgetreten war von katholisch auf evangelisch gewechselt habe reformiert heißt es hier in der schweiz und als ich da mich eintragen musste in der neuen wohngemeinde hier habe ich halt das kreuz an einem anderen ort gemacht und habe gesagt okay ab jetzt bin ich evangelisch und ich wollte unbedingt dass mein sohn eine religion hat warum ich wollte unbedingt dass mein sohn nicht katholisch ist weil das für mich in meiner kindheit ich bin echt pseudo katholisch aufgewachsen mit einem evangelischen vater großvater bei unserer religion eigentlich nie ein thema meine eltern sind nicht in die kirche gegangen die haben nicht über kirche oder über glauben gesprochen überhaupt nicht alles was ich mitbekommen habe also am rande von meinen großeltern und halt vom religionsunterricht und ich habe das alles gar nicht verstanden ich weiß nur dass ich in der grundschule zum beispiel wir hatten keine getrennte religion in der grundschule am anfang und wir hatten so einen wunderbaren pfarrer evangelischen pfarrer und der war so lieb und es war so wunderschön mit dem und plötzlich hieß es ich und paar andere müssen die religion bei einem anderen nämlich jetzt im katholischen pfarrer haben jedes mal wenn religionsunterricht war wurden wir ausgegrenzt quasi ich habe nicht verstanden warum niemand hat mir jemals erklärt was der unterschied ist zwischen katholisch und evangelisch niemand hat mir erklärt warum ich jetzt katholisch bin und nicht evangelisch und ich wäre immer so gern evangelisch gewesen weil das war so viel netter das war so viel liebevoller dass das war irgendwie mehr sinn gemacht das ist so ein bisschen die vorgeschichte von warum ich dann die religion gewechselt habe für meinen sohn weil ich wollte dass mein sohn in der religion das erlebt zumindest was ich als evangelische erlebt habe ja und dann kam der moment wo für mich für meine damalige version ist ganz wichtig zu sagen aus heiterem himmel der vater meines kindes mein ex-mann plötzlich von einem tag auf den anderen meine damalige wahrnehmung uns verlassen hat wegen einer anderen frau und es kam für meine damalige version total out of the blue ich war schockiert ich war schockiert dass das dass da dass ich vor vollendete tatsachen gesetzt wurde ich war schockiert dass ich nicht mehr mit ihm reden konnte ich war schockiert dass er plötzlich eine andere frau war ich war schockiert dass der die größte liebe seines lebens plötzlich verlassen hat nämlich nicht mich sondern sein sohn mit all dem hätte ich oder meine damalige version niemals gerechnet und ich kam mir so bestraft vor ich kam mir so ja bestraft so so schlecht so übel so elend vor und ja ich zeige euch mal meine aussicht gerade ja diese diese version von mir diese bestrafte version hat irgendwie verstehen wollen was sie falsch gemacht hat und irgendwann mal kam ich tatsächlich zu dem rückschluss dass ich bestraft wurde werde weil ich meinen sohn nicht getauft habe ich kam zu dem rückschluss dass ich schutz bekomme dass ich unterstützung bekomme dass vor allem mein sohn geschützt ist wenn er getauft ist das war in meiner verzweiflung war das irgendwie so dass wo ich dachte so kann ich mich eingliedern so kann ich mich in den schutz der gesellschaft eingliedern wenn ich meinen sohn taufen lasse wenn ich ein braves mädchen bin wenn ich das tue was man hätte tun sollen es war mir eigentlich wirklich egal ich habe nicht dann meine damalige version genauso wie meine heutige version glaubt nicht an die taufe in im sinne der religion es gibt hunderttausend andere taufen an die ich glaube aber ich glaube sicher nicht an diese taufe von der religion von der kirche naja auf jeden fall war ich damals wirklich so dass ich gedacht habe okay das mache ich jetzt und dann habe ich ihn mit vier jahren habe ich ihn taufen lassen und ja das war eine schöne zeremonie sogar im freien am see ja und das hat sich dann geändert ihr wisst es nicht es hat sich nichts geändert aber auch rein gar nichts weil natürlich die tatsache dass mein sohn getauft hat war meine version von mir nicht verändert hat ich war die gleiche mit einem getauften sohn aber nachdem ich das natürlich aus mangel und aus angst gemacht habe und gedacht habe dass da eine kraft irgendetwas außerhalb von mir dann für mich sorgt und und mich schützt und mein sohn schützt war nur von kurzer dauer weil ich habe es echt nicht gefühlt nachher da war nichts anders war nichts anders in mir da war nichts anders in dieser welt da war nichts anders auf jeden fall war er halt dann getauft und zumindest war das eine geregelt er gehörte im religionsunterricht zu den guten pfarrer mit dem guten pfarrer verbracht mit den guten religionslehrern und er hat in ein gutes kirchenlager gekonnt wo er wirklich menschliches gelernt hat und das war okay aber letztendlich diese version von mir damals die hätte sich so sehr meine jetzige version an ihrer seite gewünscht jemanden der der mich unterstützt hätte der mir klarheit verschafft hätte der mir gesagt hat warum diese ganze scheiße passiert ist mit meinem mann wie ich mir das kreiert habe was in mir welche überzeugungen in mir das kreiert haben und nicht ich ich bin okay ich bin super ich bin geschützt ich bin perfekt ich hätte so gerne jemanden gehabt der mir das auseinander gekramt hätte der mir gesagt hätte wie energie funktioniert der mir gesagt hätte wieso mein mann mein ex man sich so verändert hat wieso das alles passiert ist was das mit mir zu tun hat und nicht dass ich bestraft werde weil ich meinen sohn nicht getauft habe sich etwas falsch gemacht habe sondern dass es einzig und allein darum ging dass ich damals vorstellungen hatte vom leben von der beziehung von der familie die fähig waren die waren fähig die waren nicht meine die waren übernommene dies waren sachen wo ich gedacht habe ich muss mich da anpassen um gut und richtig zu sein ich bin total durchgedreht um eine gute familienfrau zu sein um das haus in ordnung zu halten um meinen mann zu unterstützen alles nur um einem bild zu folgen dass mir andere vorgegeben haben und dass ich übernommen habe ich habe dieses bild übernommen es war nicht so sich mich irgendjemand gezwungen hat dieses bild zu übernehmen das habe ich mir selber geholt und dieses bild habe ich selber versucht abzuleben im sinne von ich muss dinge tun die mir nicht entsprechen ich muss die dinge so machen wie sie scheinbar gemacht gehören aber mir entspricht das gar nicht und ich hätte mir um himmels willen niemals erlaubt damals die dinge so zu tun wie sie mir entsprechen vor lauter angst falsch zu sein vor lauter angst zu versagen vor lauter angst dem verlassen zu werden vor lauter angst ausgegrenzt zu werden vor lauter angst nicht unterstützt zu werden hätte ich mir nie erlaubt aber meine heutige version ich die so lange gesucht hat mein klammer auf mein sohn wird jetzt 19 oktober das ist schon eine weile her nach antworten gesucht hat die mich befreit haben die mich befreit haben von diesem druck von diesen vorstellungen die mir nicht entsprechen und ich wünsche das für jeden von euch ihr das auch erkennt was im leben euch bestimmt hat was im leben euch gesagt hat wie es sein muss wie ihr sein müsst wie du sein musst wie du deine familie händeln muss deinem beruf dein job dein ganzes leben und es hat sich nie als deins angefühlt hat sich nie stimmig angefühlt es hat sich nie richtig angefühlt dann weißt du warum weil es nicht deins war und authentizität das ist nur ein kleiner anteil von dem was deins ist deins ist eine innere göttliche wahrheit die dir sagt dass du immer gut und richtig und perfekt bist die dir sagt dass du alles verdient hast die dir sagt dass keine sünde sünde oder strafe gibt die dir sagt dass du hierher gekommen bist im schose gottes in der liebe in der perfektion in unter der unterstützung gottes und gott ist eine energie gott ist eine vorstellung von uns und wenn wir verstehen dass diese vorstellung von uns die höchste schwingung die höchste liebe die höchste perfektion das no kritik no ausgrenzung no liebesentzug beinhaltet dann werden wir freier und freier in unseren entscheidungen dann werden wir freier und freier uns wirklich zu erleben das leben durch uns zu entstehen zu lassen so wie wir es wollen wie es uns entspricht wie es unserer wahrheit entspricht unseren wahren werten nicht den werten der gesellschaft und deswegen ist es ja auch so krass wenn nicht einer manipulieren oder kontrollieren will dann packt er dich an deinen werten dann packt er dich an einer ethik und sagt dir dass es unethisch ist dass es nicht den werten entspricht wie man ist um dich dazu zu zwingen eine bedingung zu erfüllen die ein anderer gesetzt hat weil sie ihm dienlich ist sein business dienlich ist und das ist ein no go weil für dich alles bedingungslos weil alles für dich bedingungslos zur verfügung steht da ist niemand der dir sagen kann wie es funktioniert wie es sein darf wie du sein darfst wie du sein musst um zu passen um geliebt und unterstützt zu werden um erfolgreich zu sein da bist nur du und du darfst auf basis deiner inneren wahrheit deiner inneren liebe einfach entscheiden und nicht entscheiden weil sonst was schlimmes passiert nicht entscheiden weil du sonst falsch sein könntest nicht entscheiden weil du sonst andere gefährden könnte eine wald erdbeere lecker ja genau um das geht es oder glaube dass was für dich stimmig ist finde wirklich deinen lebensrahmen deine schöpferischen werte wie schöpfung passiert und wie gesagt sind so viele dinge über die wir uns klar werden müssen und es gibt diese version von uns diese version die hundertprozentig weiß dass wir gut und richtig sind dass wir alles verdient haben dass uns alles zusteht was es nur gibt auf dieser welt dass es keine ausgrenzung gibt dass es einfach nur eine wahl eine entscheidung gibt und das ist eben cool und diese dinge die vertiefe ich in unserer ausbildung zum master of divine healing am dienstag startet unser erster 1 zu 1 call alles ist per video und ihr könnt einsteigen immer noch und ich wünsche mir das so sehr viele die jetzt hier zuschauen sind schon dabei freue ich mich freue mich riesig denn das ist die einzige wahrheit all diesen bullshit abzulegen diese lügen diese begrenzungen diese beschränkungen die einfach nicht dementsprechend was wir wirklich sind nämlich höchst schwingendes spirituelle wesen die einfach nur eingedämmt unterdrückt werden durch gedankengut das aber der wahrheit nicht entspricht dieses gedankengut können wir ablösen und müssen es nicht weitertragen müssen das nicht multiplizieren müssen es nicht vererben müssen es nicht weitergeben weder in der familie noch im freundeskreis es gibt keinen generationen flug es gibt fluch es gibt keinen ahnen bullshit es gibt nur energie und es gibt energetischer match wozu du ein energetischer match bist und diese urschwingung du hast die urenergie die wieder rauszuholen und dann wirst du sehen wozu du in wahrheit ein energetischer match bist wenn du diesen ganzen bullshit nicht mehr weiter trägst befreie dich befreie deine family befreie uns als gesellschaft und das ist das was wir tun können was wir wirklich tun können und das große große wirkung hat wir haben so viele beispiele jetzt ich mache das ja jetzt schon über ein jahr und ich werde immer lauter und klarer weil es für mich absolut keinen zweifel gibt dass das was ich sage die wahrheit ist die nicht aus meinem kopf ist sondern die wahrheit die aus meinem herzen ist und die mit euren herzen resoniert und die an nicht mich als wunderwesen gebunden ist nicht mich als große heilerin als begabte die frau mit dem gift mit dem geschenk nein 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 ich bin eine von euch und wir sind alle gleich wir wissen es nur nicht und ich möchte dich daran erinnern hier so sie danke freiheit ist das eigentliche ziel von jeder ja uns wieder zu befreien in dass das wir wirklich sind und aus diesem freien geist der nichts mit rebell die hohen zu tun hat dieser freigeist heißt auch nichts mit mit kontra oder was weiß ich nicht was zu tun war schöne himbeere schon mal uh 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 himbeere lecker zu tun hat oder ich mache jetzt extra alles anders oder ich stelle mich jetzt extra quer gar nichts von dem es geht nur darum dass du dich führen und leiten lässt von deiner inneren wahrheit von mir aus nennst deine seele ich nehme das wort zähle nicht her weil das so krass falsch interpretiert ist es gibt immer noch menschen die glauben dass unsere seele heilen muss und wenn du glaubst dass die seele ein teil ist von dir der in heilung gehen muss dann bist du echt auf dem holzweg weil die seele ist der teil der absolut perfekt schon ist und da gibt es brauchst keine heilung du brauchst einfach nur dort eintreten in diese wahrheit diese göttliche wahrheit die halt nenn es in seine seele wenn es dein spirituelles sein ist das mit allem verbunden ist und das eben nie getrennt ist wenn es das ist für dich für mich ist das die seele dann ist es so also ihr lieben wir sind sowas von aufgerufen unserem mund aufzumachen ja verstand heilung genau zum mund aufzumachen und uns keinen schwachsinn mehr erzählen zu lassen und über diesen blödsinn drüber zu stehen der immer wieder zur verfügung steht diese energien der unterdrückung des einsperrens das manipulieren das kontrollieren diese energien stehen immer zur verfügung aber man muss die für dich nicht annehmen du bist komplett frei in einer energetischen wahl und in einem energetischen seinszustand was wiederum die version ergibt die du sein möchtest für dich in diesem leben wähle einfach die version mit der du das leben gehen möchtest und diese version mit der ich heute von mir durchs leben gehe die unterstützt mich immer dies immer für mich da die liebt mich permanent die sagt alle wünsche sind für mich da und möglich und hat nichts mehr mit der version zu tun die damals aus verzweiflung und angst meinte es wäre hilfreich meinen sohn taufen zu lassen ja so war das also ihr lieben ich wünsche euch einen wunderbaren sonntag erhebt euch in euer wahres sein weil dazu seid ihr hier dieser ganze bullshit da draußen dient nur um euch darauf aufmerksam zu machen euch endlich die krone aufzusetzen seit zwei jahren sprechen für krass von krone also setzen wir sie uns auf diese verdammte krone die uns zusteht also lieben hier noch ein abschließender wald wald baden ist ja auch so sehr jetzt auch so in oder wald baden genau machen wir deshalb auch noch tun halt auch wald baden mein hund tut auch wald baden da also ihr lieben ganz ganz happy day und bis bald tschüssi meldet euch noch an es ist noch nicht zu spät also bei